Schlagerstar Heino war Vater einer Tochter. Sie stammte aus einer früheren Beziehung. Nun erinnert er sich daran, wie er von ihr damals erfahren hat. Heino hat dreimal geheiratet. Mit seiner jetzigen Ehefrau Hannelore hat der Schlagerstar keine Kinder, aus früheren Beziehungen hat er jedoch zwei Kinder. Sohn Uwe, heute 63 Jahre alt, stammt aus seiner ersten Ehe mit Henriette Heppner, Tochter Petra entstand 1968 während einer Romanze. Lange wusste Heino gar nichts von seinem jüngsten Kind. Im Interview mit der Rheinischen Post erinnert er sich. Einmal stand eine Frau mit einem blonden Kind vor mir nach einem Konzert und sagte. Heino, das ist deine Tochter. Das Mädchen war da schon sieben Jahre alt. Sie ist aus einer Liaison vor Beginn meiner Karriere entstanden. Was später gerichtlich bestätigt wurde. Ich hatte es nicht gewusst. Sonst hätte ich mich früher gekümmert. Petra starb jedoch im November vor 20 Jahren auf tragische Weise. Sie beging Suizid, nachdem sie zuvor mit psychischen Probleme gekämpft hatte. Sie war 36 Jahre alt und litt seit zwei, drei Jahren unter Depressionen. Genau wie ihre Mutter, erinnerte sich Heino 2008 bei der Bild-Zeitung. Petras Mutter hatte 1988 ebenfalls Suizid begangen. Danach habe er die damals 17-jährige Petra zu sich und seiner Ehefrau Hannelore geholt. Petras Tod im Jahre 2003 war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe Rotz und Wasser geheult, erzählte er 2013, als sich ihr Tod zum zehnten Mal jährte. Von ihrem Tod habe er während einer Kreuzfahrt erfahren. Ich trauere immer noch um Petra, auch wenn ich das nach außen selten zeige. Bis zu ihrem plötzlichen Tod habe er jedoch ein wunderbares Verhältnis zu seiner Tochter aufbauen können.